Die Funktion Code Diese Funktion ermittelt die Codezahl des ersten Zeichens in einem Text. Die ausgegebene Codezahl entspricht dem Zeichensatz, mit dem Ihr Computer arbeitet. Unter Windows ist dies der Ansiedzeichensatz. Die Funktion lautet ist gleich Code, Klammer, Text, Klammer. Der Zeichencode für das große A ist zum Beispiel 65, das Leerzeichen hat den Code 32, das Rufzeichen 33 und so weiter. Wenn Sie zum Beispiel zur Codezahl des kleingeschriebenen A1 addieren, erhalten Sie 98, da A die Codezahl 97 hat. Wenn Sie nun die Funktion Zeichen auf die bereits bestehende Funktion anwenden, das heißt die beiden Funktionen verschachteln, erhalten Sie das Zeichen mit der Codezahl 98, also ein kleines b und so weiter.